Was ist das für ein Rauch, für ein roter? Ne, wir schaden dadurch. Ah, wir haben ja auf jeden Fall hier schon mal ein neues Barslager entdeckt. Das ist schon mal cool. Gut. Ich werde es auch erstmal so behalten. Okay, da war so, ich glaube, sonst nix mehr. Uah. Uah. Grat. Äh. Au. Hm. Okay, dann müssen wir das, glaube ich, erstmal stehen lassen. Weil wir können das nicht an dem Wasser vorbei werfen. Geht das aus? Das auf jeden Fall nochmal ein bisschen von diesem Huch. Sprengzeug da auf jeden Fall. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Interessant. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ja. Können sie. Aber erstmal. Da ist es. So, na. Ich muss einen Weg hineinfinden. Wir finden einen Weg hinein. Ja. Besprochen. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe tausend Jahre unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zu mir führen. Oh, krass. Die haben die Einheimischen benutzt, um hier zu bauen. Dann haben die natürlich einen Widerstand angefangen, weil sie keinen Bock mehr hatten. Diese Förderwagen. Oh, hier gibt es Wasser. Wichser, ey. Okay, mal dran. Hier, Geschäft. Das Wasser ist blockiert. Verdammt. Ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Shit. Hat ja geklappt. Okay, dann müssen wir jetzt doch da hoch. Für den Anfang war es jetzt erstmal easy peasy lemon squeezy, aber... Shit. Okay, das können wir jetzt hier... Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Aber... Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ah, und darüber... Okay, da hin. Hups. Gut, Laura. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, ich weiß. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Russisch. Okay. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Oh, ja. Kann man das hier mit irgendwo verbinden? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Warum leuchtet das eigentlich hier so? Ist nicht so interessant gerade. Also... Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Den da hinten... Den da hinten... Aber wie kriegen wir den da hinten frei? Okay. Gut, 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 gut. Ähm... Wups. So, da hin. Und da hin. Oh, ja. Ich habe es doch gehört jetzt. Jetzt. Okay. Und wieso das denn? Hä? Okay, warte mal. Muss ich jetzt sagen? Wenn ich das jetzt runterfallen lasse... Jetzt hätten eh wieder... Eh wieder ein neuer? Nee. Okay. Und wenn ich den, glaube ich, verliere, dann ist er rum. Ist er, glaube ich, eh rum, ne? Aber warte mal. Wenn ich ihn... Ah, Moment. Ja, jetzt habe ich einen Blick drauf. Zack. Genau. Ja, jetzt... Jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Man hat die Seilwinde an dem Wagen nicht gesehen. Deswegen war ich so... Autsch. So ein bisschen verwirrt. Jetzt... Jetzt ein Feuerchen. So. So. So, da rein. Bam. Zellfeuerchen. Schon niedlich, die Lager... Da ist wieder dieses Erz. Immer auf jeden Fall mal mit. So. Hier haben wir nichts mehr. Krass. Der wurde er... Er dolcht... Stein hackt... ...durch eine Hacke. Ziemlich krass. Da geht es auch noch. Wo... Okay. Okay. Wo haben Sie das Ding herausgezahlt? Ein alter Kodex, eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache auf, neue Fähigkeit gemeistert, wache auf. Beim Verbessern der Überlebenssicht geleuchtet fallen die dann ja automatisch auf, nice. Wo wir es gerade davon haben, sind die Fallen. So viel beschädigt, die Amateur ausgraben, dazu der Einsturz, aber es muss mit den Propheten zu tun gehabt haben. Ja natürlich. Alter, wie viel Zeug hier ist. Oh guck mal, hab ich fast vergessen. Dieses Geräusch von den, oh da ist auch noch was. Von diesem Geld, das jemand nimmt. Hört sich an wie, oh geil, ein Wildschwein. Hört sich an wie von WoW, wenn man Silber oder Kupfer einsammelt. hat es genau ähnlich an. Interessant. Heps. Ja, ich weiß, es ist zwar ein anderes Spiel, aber egal, man. Hä? 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 Oh, jetzt. Okay. Hä? 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 Ah, okay. Ich dachte gerade schon so, was? Warum komme ich da nicht? Moment, 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 Moment. Nicht, dass hier jetzt wieder irgendwas versteckt ist auf dem Boden, dass ich es nicht weiß. Und ja, das wäre ja so ein Schade-Marmelade, ne? Schade wäre das doch. So, da sind wir doch schon. Mmh, zack. Okay, jetzt haben wir genau wieder das gemacht, was wir nicht machen wollten. Wir haben erstmal ein Grab lieber angeguckt, bevor... Oder hätte ich da hochgekommen? Ne, da hoch hätte ich nicht geguckt. Das sieht so nach so, äh, Stein aus, wo man hochgehen kann, hochklettern. Ja, eigentlich wollen wir die Hauptmission verfolgen. Ja. Haben wir ja nicht gemacht. Wir haben ja erstmal wieder eine Nebenmission gemacht. So, versuche ich nochmal jetzt die Hauptmission zu machen. Grapplünderin hier, die, die Alte, die Gute. Na? So sieht's doch aus hier. So. Haare ausgeringt. Und weiter geht's. Und weiter. So. Kommen wir jetzt hier raus? Ah, da, da. Okay. Komm jetzt hier raus? Da hoch. Ja. Okay. Okay. Aber wenn die so viel Uran abgebrochen haben. Uran ist ein radioaktives Material, oder nicht? Also, wird ja, wird ja dafür verwendet, dass wir, dass radioaktives Material, wie zum Beispiel, äh, in Atomkraftwerken und sowas dann genutzt werden kann. Also, dass das für die Uranstäbe sind ja diese radioaktives Material. Müsste hier nicht eigentlich dann alles ein bisschen verstrahlt sein? So. Bin mir jetzt grad nicht ganz sicher, also, den lage ich mal bitte nicht drauf fest, aber, müsste doch hier eigentlich alles mega verstrahlt sein. Guck mal, hier. Das ist doch Uran. Sumpte es nicht auf? Ey, die wär doch hart verstrahlt. Die müsste doch alles haben, ey. So wird dann, ja. So, da sind wir endlich wieder. Raus. Ah, schön dieses Tageslicht. Klasse. Huh. Huh. Ähm. Huh. Huh. Oh, ich bin voll. Klingt immer so falsch. Oh, ich bin voll. Huah. Au. Einmal heilen. Brennbar. So, okay, warte mal. Ist hier wieder Flaschen? Ja. Yes. Ach, das können wir auf einmal wieder anzünden, ja? Ne, ist klar. So, machen wir das hier mal auf. Ja, komm. Ja. Gehen wir hier lang? Äh. Okay. Können wir noch aufmachen? Zack, 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 zack. Okay. Pfeile haben wir voll. Sonst ist hier nix hier, ja? Gehen wir hier lang? Ist hier noch irgendwas? Nein. Hä? 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 Ah, das können wir von unten vielleicht aufmachen können. Hm, hm, hm. Alter, alle diese Minenarbeiter hier. Ja. Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Möglich. Vielleicht auch nicht. Weiß es nicht. Sag du es uns. Du bist die Archäologin. Okay, du liest doch aus allem was. Ah, guck mal. Zack. Zack. Jetzt hier runter? Tatsache. Das ist Tatsache. Noch ein sowjetisches Schild. Und was steht drauf? Kannst du uns jetzt nicht sagen, aber es ist russisch. Huh? 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 Oh. Ach, krass. Ach, wie cool. Ach, wie nice. Geil. Und was haben wir hier gefunden? Geil, Brug freigeschaltet. Geil. Ey, wie cool. Jetzt haben wir den Combat-Bogen. Oder Compound-Bogen. Oder wie der auch. Wenn man jetzt heißen mag. Aber einen Bogen halt. Bogen, du Bogen. 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 Borutbinder-Orden. Eine weitere hohe Auszeichnung. Dieser Orden wurde aber absichtlich… …verunstaltet. Vielleicht ist der Besitzer in Ungnade gefallen. Oh, 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 oh. Na, tut ja nix. Trotzdem wie eine scheiß Kerle, die hier die ganze Zeit die Leute abschlachten, ey. Was für ein Ding eigentlich? Huch, warum kann ich... Yes! Voll, voll, toll. Habt's auch mal aufmachen können. Cool. Coolio, ja, geil. Ach, seh an. Das ist ja auch noch was. Oh, gibt's hier noch Flaschen? Hallo? Flaschen? Gibt's hier noch Flaschen? Gibt's hier noch Flaschen? Da gibt's Pfeile. Ah, da können wir da hinten auch noch was aufmachen. Wahrscheinlich finden wir wieder Giftpfeile. Und... Yes, sag ich so. Giftpfeile, geil. Scheiße, ey, jetzt brauche ich... Gibt's hier nochmal eine Flasche oder so? Das wäre echt geil. Komm schon. Yes! Cool, die, die gebraucht waren. Coole Frau, ey. Goooool. Warm auf. Zack, auch auf. Und hier auch wieder... ...gleich was gefunden. Sowjetische Erkennungsmarken, Standardausführung. Der Name lautet Yuri Ravdonikis. Hm, das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Vielleicht hat er Hochfahrt gegangen. Ach, guck mal hier. Die Mondmission. Eine zervierte Million. Die einen Hund... ...Hund ins All geschickt haben und der dann aber... ...ganz schlimm verbrannt ist. Weil die... ...die... ...ääh... ...die Hitze... ...der Hitzeschutz nicht gewirkt hat. Er ist leider defekt gewesen. Dann haben sie einen unschuldigen Hund erstmal... ...quasi... ...soll denn das ran? Äh, wo soll das denn ran? Da oben? Nee. Wo müssen... Äh, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier war es auch nicht. Nee. Ja, und jetzt? Hä? Hä? Hä, das check ich jetzt nicht. Wenn wir denn... Ah, okay. Hier, ja. Was? Äh, sei... Okay. Ziel in rechts und in links. Alter. Okay. Der ist jetzt nicht ganz gerafft. Ich war da oben und dachte... Was? Wir sind da lang? Glück gehabt. Nice, nice, nice. Uah. Auf, lauf, lauf, lauf. Ui, 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 ui. Alter, Scheder. Yes. Ah, und wieder umgucken. Hartholz. Hartholz ist immer gut. Yes. Drei Hartholz gefunden. Huch. Wenn wir die ganzen Bäume immer abhacken hier. Ah, ich bin voll. Okay. Sorry. Bin ich nicht gesehen. Hoch geht's. Hat hier den Deckbott geknackt? Alle müssen Artefakte. Passt zur Beschreibung aus den Sowjetinfos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Aber der Kontakt zum Suchtrupp unten ist gerade abgebrochen. Verstanden. Ich melde der Vorruf, dass er... Was, 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 was? Gott. Ich dachte, ich schütze auch ab. Hui. Äh. Hä? Wo geht's denn? Warte mal, wo? Huuu. Glück gehabt. Was war das denn? Was war das denn für eine Aktion, ey? Hier ist alles eingestürzt. Hä? Soll das hier lang gehen? Na, er da unten lang. So, komm. Nehmen wir gerade mit. Yes. Wir haben es gefunden. Ui, ui, ui. Ah, der Senkis hätte auch da alternativ lang gehen können. Tatsache. Cool. Okay. Ah, nice. Neue Kiste. Neue Kiste. Okay. Ja, min, ja, min, ja. Und, was haben wir gefunden? MP-Komponente. So, und so, wie es aussieht, wenn der Ziel gleich wieder Gegner hat's. Halt doch. Ach, jetzt ist es hier wieder Feuer, Feuer. Was? Ich hab den Kopf geschossen, Alter. Ja, die einen Kopf schießen, komm. Nein. Okay. Da bin ich sicher. Alter, das gibt's doch nicht. Du trägst ja eine Sche... Ja, auf dich zu bewegen, ey. Kopftreffer, XP dreimal. Oh, brennst du jetzt? Ja, hier müssen doch jetzt noch welche sein, oder? Öh. Keiner mehr hier. Ah, da. Ah. Pats. Komm raus. Komm raus. Komm raus jetzt. Alter, natürlich nicht, weil ich jetzt noch so... jetzt auch noch so verwackelt habe, ey. wenn ich den Pennern habe. Huch. Geht doch. Aschgeigen, ey. Liebes einfach mit dem Bogen zu spielen. Oh. Kann ich schon mal Cell dran machen? Wenigstens etwas. Oh, den haben wir, den haben wir, den mal. Blöd. Nervt mich auch immer, dass ich dann immer so, so, so still bin in so Situationen. Ah, Pilze ist gut. Mach ich dann so, äh, Mund auf Action und immer, äh, gucken, gucken, gucken und sowas. Das nervt mich immer selbst ein bisschen. Oh, Glück gehabt, Alter. Da außen gehen kann ich es ja auch noch. Warum da außen? Den einen hat es weggeballert hier anscheinend. Ach, ich hätte die umgehen können. Ne. Ich hätte die echt umgehen können. Geil. Echt. Ach, wie cool. Die Sau umgehen können einfach von hinten alle abmurksen können. Cool. Okay, gucken wir uns grad noch. Hier noch? Ne. Das ist nur nur Dings. Okay, hier ist nichts mehr. Hier haben wir alles. Alles fertig. Okay, dann. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Uh, ein Verbündeter in der Dunkelheit.